Sacha Masoch Eine Frau auf Vorposten Auf allen Heerstraßen Russlands marschierten Regimenter, zogen Geschütze und Munitionskolonnen nach dem Süden. Es gibt Krieg mit den Türken, sagten die Soldaten. Unser Mütterchen, die Zaharin, will Frieden haben. Aber Potemkin will den Krieg. Und so gibt es Krieg. Die armen Soldaten, welche scheinbar kampflustig ihre Lieder singend in das Lager von Tscherson einrückten, dabei aber mit schwerem Herzen an die heimatliche Stube mit den rauchigen Heiligenbildern oder an ihr blauäugiges Liebchen zurückdachten, trafen in ihrer Naivität das Richtige. Katharina II. hatte alle Lust, auf den blutigen Lorbeeren, die sie geerntet, auszuruhen und bot alles auf, den drohenden Zusammenstoß mit der Pforte hinauszuschieben. Aber Potemkin, der Taurier, drängte zum Krieg und forderte durch seinen Hochmut den Sultan in beispielloser Weise heraus. Schon wimmelte es um Tscherson von Regimentern der regulären Linie und Kavallerie von Kosaken und den neu ausgehobenen Tataren. Und man sprach in dem Kreise, der Potemkin umgab und den man in Petersburg im Hinblick auf die schönen Amazonen, welche in demselben den Ton angaben, das Sarai Potemkins nannte, von dem Feldzuge als einer ausgemachten Tatsache und schien sich nur noch durch einige rauschende Feste für die bevorstehenden Gefahren und Entbehrungen entschädigen zu wollen, als unerwartet der Staatssekretär Fürst Besporotko im Lager erschien. Potemkin stampfte zornig mit dem Fuße, als man ihm die Ankunft desselben meldete, denn er war keinen Augenblick darüber im Zweifel, dass die Mission des Fürsten Stillstand in seinen Unternehmungen zu bedeuten hatte und ein Werk seiner Gegner am Hofe sei. Vorzüglich der Vorontsov, mit denen Besporotko eng liiert war. Aber der übermütige Taurier wusste ebenso gut, dass der Fürst ein Liebling der Kaiserin sei und dass es in diesem Falle zu vorkommend und fein zu sein galt. Er empfing daher den Staatssekretär mit offensichtlicher Liebenswürdigkeit. »Mein lieber Besporotko«, rief er, ihn bei den Händen fassend, »was führt sie zu uns, sie, die Friedenstaube, hier, wo die Kanonen das große Wort haben? Leider, leider, Exzellenz«, erwiderte Besporotko, »sehe ich mich hier, wo die Kaiserin vor kurzem noch durch Werke des Friedens bezaubert wurde, in ein Heerlager versetzt, ohne dass ich ahnen könnte, welche Absichten sie mit diesen Märschen und Rüstungen verbinden. Sollten Sie, der gewiegte, gefeierte Diplomat, wirklich nicht erraten, dass das, was Sie hier zu sehen bekommen, das Vorspiel eines Krieges ist?«, sprach Potemkin mit einem spöttischen Lächeln. »Ich denke, wir leben mit allen Mächten Europas, im besten Frieden«, entgegnete Besporotko. »Gewiss«, rief Potemkin, »meine Vorbereitungen gelten auch nur einer Macht, die nach Asien gehört und die wir hoffentlich in kurzem dorthin gejagt haben werden.« »Ihr alter Lieblingsgedanke«, gab der Staatssekretär zur Antwort, »die Türken aus Europa vertreiben. Welches Russenherz müsste sich nicht dafür begeistern? Aber wir können nicht immer so handeln, wie wir wollen. Es gibt Staaten ersten Ranges, welche ein Interesse haben, die Türkei zu erhalten. Was Sie hier begonnen haben, Exzellenz, ist ein gefährliches Spiel. Ich komme, Sie abzumahnen. Es könnte unabsehbare Folgen haben für uns und auch für Sie. Sprechen Sie im Namen der Kaiserin?« »Allerdings«, fuhr Besporotko fort, »Ihre Majestät hat Ihnen die Truppen gesendet, welche Sie gewünscht haben. Ein kaiserliches Handschreiben, welches ich überbringe, gibt Ihnen den Oberbefehl über die Armee und unumschränkte Gewalt in jeder Richtung für den Fall des Krieges.« Potemkin griff hastig mit unverhohlener Freude nach dem Handschreiben, das ihm der Staatssekretär übergab. »Ich wiederhole ausdrücklich«, sagte dieser, »für den Fall des Krieges. Aber es wird zu keinem Krieg kommen.« »Lassen Sie mich nur sorgen«, fiel Potemkin ein. »Wir haben im Gegenteil dafür gesorgt, dass der Friede erhalten bleibt«, sagte Besporotko. »Die Kaiserin hofft, auf diesem Wege mehr zu erreichen, als durch siegreiche Schlachten.« »Das französische Ministerium hat an seinen Botschafter, Schwaseul, in Konstantinopel einen Kurier abgesendet, mit der Mission, den Divan zu besänftigen.« »Den Divan zu besänftigen?«, brach Potemkin los. »Als wenn wir Ursache hätten, seinen Zorn zu fürchten.« »Oh, Wankelmut des Weibes! Wie groß dachte diese Katharina vor kurzem noch, wie kühn war ihre Sprache. Und jetzt ist ihre einzige Sorge, den Divan zu besänftigen?« Besporotko verzog keine Miene. »Mein Auftrag geht auch dahin, dass sie so lange als nur möglich jeden Zusammenstoß mit den Türken zu vermeiden haben.« »Also kurz und gut, wir werden den Türken den Krieg nicht erklären?« »Nein.« Potemkin ging mit großen Schritten auf und ab. »Man bedauert in Petersburg allerdings, dass einem so ausgezeichneten Feldherrn neuerdings die Gelegenheit entgeht, einen Sieg zu erfechten,« fügte der Staatssekretär jetzt mit vernichtender Bosheit hinzu. Potemkin sah ihn einen Augenblick starr an. Dann trat er ganz nahe zu ihm hin und schlug ihn derb auf die Schulter. »Sie spielen auf das Band des Georgsordens an,« sagte er mit kalter Ruhe. »Das mir fehlt und das ein Feldherrn nur nach einem entscheidenden Siege erhalten kann. Verlassen Sie sich darauf, Fürst, und vergessen Sie nicht, es Ihren Freunden in Petersburg zu sagen. Ich werde mit den Türken Krieg führen, nur weil mir das Band des Georgsordens fehlt und werde sie so schlagen, dass es keinen Menschen in Russland geben wird, der es mir nicht zuerkennen würde. Adieu! Ohne sich um die Befehle der Kaiserin zu kümmern, setzte Potemkin seine militärischen Vorbereitungen fort und begann, zum Entsetzen des Staatssekretärs, der Miene machte, an seiner Seite zu bleiben, seine Truppen gegen die türkische Grenze vorzuschieben. Schon war Potemkin in Petersburg als Rebell bezeichnet, aber das Glück liebte ihn wie wenige, und auch diesmal kam es ihm zu Hilfe. Während in seinem Palaste die schönen, abenteuerlichen Frauen, welche die Kriegstrompete herbeigelockt hatte, und ein Teil seiner Offiziere beim Spiele versammelt waren, erschien Besporotko totenbleich, eine Depesche in der Hand. Sie haben Recht behalten, sprach er mit bebender Stimme. Der an Schwasell abgesendete Kurier ist unterwegs von den Türken ermordet worden, und die Pforte hat uns den Krieg erklärt. Hurra, rief Potemkin, Champagner her, wir haben Krieg, Kinder. Auf Wiedersehen, Besporotko, heute übers Jahr in Konstantinopel. Meine Mission ist zu Ende, sagte der Staatssekretär, die Ihre beginnt. Reisen Sie mit Gott, erwiderte Potemkin, und sagen Sie denen in Petersburg, dass Sie bald von mir hören werden. Während im Palaste die Champagnergläser aneinander klangen und der Jubel sich durch die Stadt in das Lager fortpflanzte, wo einmal 150.000 Mann unter wildem Hurrarufen ihre Hüte mit Eichenlaub schmückten, hatte Potemkin sofort nach dem General Sumorow geschickt, dem Mann, der sein Vertrauen besaß, wie kein anderer. Als Sumorow eintrat, saß Potemkin vor einem Tische, auf dem er seine Karte ausgebreitet hatte, mit ihm zugleich blickte seine Nichte, die Gräfin Branitzka, ihre schönen Arme auf seine Schultern gestützt, in dieselbe. Hinter dem Tische stand ein türkisches Ruhebett, auf dem zwei Frauen von blendender Schönheit, zärtlich umschlungen, das Haar von Juwelen funkelnd, die langen, offenen Roben von persischem, golddurchwirkten Stoffe, mit kostbarem Pelzwerk besetzt, gleich Sultaninen lagen. Ihnen zu Häupten stand im grün samtenen Reitkleide eine junge Frau, hoch und üppig gewachsen, mit reichem, blondem Haare und jenem Blick, der Tiere bändigt und Menschen umwirft. Sie neckte die beiden Schönen auf der Ottomane mit einer Reitgierte, welche sie in der Hand hielt, und so gab es ringsum Geschrei und Gekicher, bis der schmächtige, magere Mann mit dem kahlen, kränklichen Gesichte in einer verschossenen Uniform seines Regiments an den Tisch trat und seine Hand nachlässig auf denselben stützte. Sofort herrschte tiefe Stille. Gut, dass Sie da sind, General, rief Potemkin ihm die Hand reichend. Wir haben Krieg, wie Sie wissen. Es gilt, rasch vorzugehen. Ich habe meinen Plan fertig. Nun möchte ich aber Ihre Meinung haben. Sumorow warf einen Blick auf die schönen Frauen, welche ihn neugierig musterten, erkannte die Gräfin Branitzka und die beiden Favoritinnen Potemkins auf der Ottomane, von denen die eine mit dem blau-schwarzen Haare und dem edlen Antlitz eine Aspasia, eine Griechin Zenaide Koloktonis, die zweite mit dem reizenden Stumpfnäschen, eine Tochter des durch seine schönen Frauen berühmten Hauses Potocki war. Die Amazone im grünen Samtkleide kannte er nicht, aber sie schien Eindruck auf ihn zu machen, denn sein Auge weilte um vieles länger bei ihr als sonst bei irgendeiner Frau. Ich habe wohl bereits über diesen Feldzug nachgedacht, erwiderte Sumorow, mit jener Trockenheit, welche bei ihm so charakteristisch war. Aber hier wäre es wohl nicht am Platze, davon zu sprechen. Pläne müssen, solange sie nicht durch Taten an das Tageslicht treten, geheim bleiben und Frauen plaudern. Sie hören, meine Damen, rief Potemkin lachend, der General ist so unempfindlich gegen ihre Reize, dass er durchaus nicht böse sein wird, wenn sie uns allein lassen. Halb träge, halb unwillig erhoben sich die beiden Sultaninnen, die Gräfin Branitzka folgte lachend ihrem Beispiel, nur die Frau mit dem gebieterischen Auge blieb. Mich trifft ihr verdickt wohl nicht, General, sagte sie ruhig. Und weshalb nicht, fragte Sumorow ebenso, weil ich zur Armee gehöre. Sie? Wie das? Die Gräfin Ivan Soltikow kommandiert das Regiment Simbirsk, fiel Potemkin ein. Im Frieden wohl, wo das Soldatenspielen ein Zeitvertreib ist, gleich einem Ball oder einer Amur, sagte Sumorow, die Brauen zusammenziehend, aber die Türken werden nicht blindladen wie die Garten bei den Manövern in Petersburg. Sie lieben uns Frauen nicht, General, rief die Soltikow. Ich weiß es. Besonders dann nicht, unterbrach sie Sumorow, wenn sie statt des Kochlöffels den Degen führen. Sie gehören also auch zu jenen Helden, welche sich vor dem Weibe fürchten und demselben gerne eine untergeordnete Stelle anweisen, weil sie fühlen, dass das Weib von der Natur zur Gebieterin des Mannes bestimmt ist, entgegnete die schöne Amazone. Solange indes eine Frau in Russland auf dem Throne sitzt, müssen sie es sich schon gefallen lassen, dass wir dieselben Rechte in Anspruch nehmen wie sie und folglich auch das Schönste derselben, das Recht für das Vaterland zu kämpfen und zu sterben. Die Gunst der Zarin hat mir ein Regiment anvertraut, General, und ich hoffe, ihnen im Kugelregen den Beweis zu liefern, dass ich dieser Gunst auch wert bin. Gegen die kommen sie nicht auf, Sumorow, rief Potemkin lächelnd. Machen wir Frieden mit ihr. Sie soll an unserem Kriegsrate teilnehmen. Schwatzen wird sie nicht. Ich verbürge mich für sie. Zur Sache also, sagte Sumorow. Ich denke, wir beginnen damit, Otschkakov zu belagern und es zu nehmen, ehe die türkische Armee heranrückt. Dies ist auch mein Plan, erwiderte Potemkin. Damit aber die Einschließung der Festung eine vollständige wird und die Belagerung nicht gestört werden kann, fuhr Sumorow fort, muss ein selbstständiges Chor sofort über den Bug gehen und gegen jene türkischen Truppen, welche sich bei Treuzkoye sammeln, operieren. Und Sie wollen dieses Chor kommandieren? Ja. Gut, ich gebe Ihnen dieses Kommando, sprach Potemkin. Aber Sie dürfen durchaus nichts wagen, sich vor allem in keine Schlacht einlassen, da Sie überlegene Kräfte gegen sich haben werden. Wer sagt das? Meine Spione. Es ist die feindliche Hauptarmee, die sich dort konzentriert. Glaube nicht, sagte Sumorow trocken. Peter Ogrich, mein bester Spion, hat den Großwesir im Lager gesehen. Es ist also kein Zweifel. Wer sagt dem Peter Ogrich, dass es wirklich der Großwesir war, den er gesehen? Er hat ihn reiten sehen in seinem Amtspelz von weißem Atlas mit schwarzem Zobel, dem Üsch-Türk, den, wie Sie wissen, kein anderer tragen darf als der Großwesir. Er hat auch die zwei brillantenen Reierbüsche gesehen auf seinem Torrbahn. Also nochmals Vorsicht und keine Schlacht! Ich werde morgen in aller Frühe abmarschieren, sagte Sumorow. Gregor Alexandrovich wendete sich jetzt die Gräfin Soltikow rasch zu Potemkin. Gestatten Sie mir, mich mit meinem Regiment, dem Chor des Generals Sumorow anzuschließen. Ich bitte Sie, Exzellenz, fiel Sumorow ein, mich mit allen Unterröcken zu verschonen. Warum, General? entgegnete Potemkin. Lernen Sie doch galant sein gegen Damen. Gott beschütze mich, das werde ich nie lernen, murmelte Sumorow. Vielleicht doch, General, lachte Potemkin. Wenn wir Ihnen einen so guten Lehrmeister mitgeben wie die schöne, tapfere Gräfin hier. Ich darf also mit, fragte sie erfreut. Ja, Gräfin, aber vergessen Sie nicht, dass Sie dann unter dem Kommando Sumorows stehen, antwortete der Taurier. Oh, ich werde mir alle Mühe geben, rief sie lachend, dass er bald unter dem Meinen steht. Am nächsten Tage im Morgengrauen marschierte Sumorow mit seinem Chor aus dem Lager bei Cershon ab und rückte in Eilmärschen, indem er die Festung Otschkakov links liegen ließ, den Türken entgegen. Das Regiment, Simbirsk von der Gräfin Soldikow befehligt, bildete mit einigen Sotnien Kosaken die Arriergarde. Auf dem ganzen Marsch sah der General die schöne Amazone nicht. Als er durch Spione die Nachricht erhielt, dass die feindliche Armee bei Kinnburen Stellung genommen und sich durch eine Rekognosierung von der Richtigkeit dieser Meldung überzeugte, ging er direkt auf dieselbe los. Es war ein regnerischer Sommertag, trübe und wolkig. Die Truppen lagerten auf dem Durchnästenboden, während die Kosaken der Vorhut bereits Fühlung mit dem Feinde hatten und kleine Scharmützeln mit den irregulären türkischen Reitern bestanden. Nach Sonnenuntergang versammelte Sumarov seinen Stab und seine Offiziere. Ich werde morgen den Türken eine Schlacht liefern, sagte er trocken. Mit Sonnenaufgang hat ein jeder bereit zu sein. Gute Nacht, Kameraden. Dann wendete er sich zu der Gräfin Soldikow. Noch ein Wort mit Ihnen, Madame. Als sie allein waren, sprach er die Hände auf dem Rücken auf- und abgehend. Ich rate Ihnen nochmals, Gräfin, mich zu verlassen. Ich bin kein Paradegeneral. Es ist eine gefährliche Expedition, der sie sich angeschlossen haben. Potemkin versteht nichts vom Kriege. Ich werde die Türken nicht beobachten, wie er meint, sondern angreifen und schlagen. General, vergeben Sie mir, wenn ich es wage, Sie an die Befehle, die Sie empfangen und an die Taktik, welche vereinbart wurde, zu erinnern, erwiderte die Gräfin. Ich tue es aus Teilnahme für Sie. Ich würde bedauern, wenn Sie Unglück hätten. Meine Taktik ist vorwärts und schlage, entgegnete Sumorow kalt. Und was Ihre Besorgnis betrifft, so verlassen Sie sich darauf, dass ich siege oder falle. Gut denn, dann lassen Sie mich die Gefahr mit Ihnen teilen, General. Ein Schlachtfeld ist kein Boudoir. Wenn Sie mit Ihrem schwächlichen, leidenden Körper ein Held geworden sind, Sumorow, entgegnete die schöne, mutige Frau, weshalb soll ich mit meinem kräftigen und gesunden nicht mindestens ein guter Soldat sein? Ich bin ein Mann, Gräfin. Und ich ein Weib. Das ist noch mehr, wie Sie glauben. Sumorow setzte sich hierauf zu Pferde und ritt, unbekümmert um die türkischen Fuhrposten, welche wiederholt Feuer auf ihn gaben, ganz nahe an die feindliche Stellung. Er überzeugte sich, dass dieselbe stark verschanzt sei und dass die Türken auf seinen beiden Flanken vorrücken. Sie wollen uns umgehen, murmelte er. Gut, sehr gut. Ich möchte nur wissen, welcher Dummkopf sie kommandiert. Der Morgen brach an. Die Sonne schien kräftig und teilte rasch die Nebel, welche gleich Rauchsäulen gegen den Himmel stiegen. Die Russen standen in Schlachtordnung. Sumorow ritt in seiner schmucklosen Uniform durch ihre Reihen und befahl der Infanterie, die Patronentaschen abzulegen. Der Feind ist stark verschanzt, sagte er. Wir müssen ihn mit dem Bayonett angreifen. Wer einen Schuss abfeuert, wird füsiliert. Das Regiment Simbirsk bildete die Reserve. Was euch geschehen mag, sagte Sumorow zur Gräfin, sie rühren sich nicht von der Stelle. Nur im äußersten Falle, wenn alles flieht und die Gefahr groß ist, führen sie ihr Regiment gegen den Feind. Vor der Front des Regiments lag ein kleiner Hügel, auf dem Sumorow mit seinem Stabe Posto fasste. Neben ihm hielt die Gräfin auf einem feurigen schwarzen Pferde. So unempfindlich der berühmte Held sonst war, dieses Weib gefiel ihm. Und die Gräfin war auch in der Tat in ihren hohen schwarzen Reitstiefeln, den weißen Beinkleidern, der grünen mit goldverzierten Uniform, dem dreieckigen mit Eichenlaub begrenzten Hut, auf dem mit einer grünen Schleife gebundenen blonden Haar, der schönste Soldat, den man sich denken konnte. Sumorow zeigte sich auch um vieles gesprächiger als sonst. Sie fangen an, sich zu entwickeln, sagte er, auf die Türken deutend, deren Fahnen und Flinten hinter den Schanzen sichtbar wurden. Es sind Janicjan, vortreffliche Truppen. Sehen sie ihre weißen Mützen, die umgestülpten Ärmeln gleichen? Wie kommen sie zu dieser seltsamen Kopfbedeckung? fragte die Gräfin. Als sie errichtet wurden, segnete sie der Scheich der Derwische und indem er den Ärmel seines weißen Oberkleides Abschnitt und einem Soldaten auf den Kopf setzte, sprach er, so sollen sie die Feinde schrecken und Janicjari, das ist neue Truppe, heißen. Sie sind nicht wenig stolz darauf. Der Sultan selbst ist Janicjar des ersten Regimentes. An dem Tage seiner Krönung, wenn ihm nämlich der Echab, der Säbel umgeschnallt wird, zieht er an der Kaserne des 61. Regimentes vorbei, nimmt dort Kaffee und Sorbet und sagt zu den Janicjan, will's Gott zu Rom oder Regensburg, sehen wir uns wieder. Ein unschuldiges Vergnügen, das man ihnen gönnen kann. Und was bedeutet die rote Fahne, die dort sichtbar wird? fragte die Gräfin. Das sind die Spahis, ihre beste Reiterei, erwiderte Sumarov. Aber es ist Zeit. Er machte das Kreuz und gab dann das Zeichen zum Angriff. Mit einem Male wirbelten auf der ganzen russischen Linie die Trommeln und sämtliche Regimenter gingen vor. Die Geschütze begannen das Feuer und als die Russen sich den türkischen Schanzen näherten, wurden sie auch von der feindlichen Infanterie mit einer verheerenden Descharge empfangen. Zugleich wurde Sturmstreich geschlagen und alles lief mit gefälltem Bayonett hurrarufend auf den Feind. Der Pulverdampf und der Staub, welcher aufstieg, entzogen für kurze Zeit das eigentliche Schlachtfeld den Blicken des Generals. Als sich die grauen Wolken teilten, sah er seine Truppen auf allen Punkten weichen. Er gab seinem Pferde die Spuren und ritt unter sie, ihnen Mut zuzusprechen. Schnell ordneten sich die Glieder und die ganze Linie ging noch einmal zum Mal. Die Türken erhoben ein wildes Ala-Rufen und ihre Musikbanden fielen mit dem betäubenden Lärm ihrer großen Trommeln, Pauken und Halbmonde ein. Angriff auf Angriff wurde abgeschlagen. Da stellte sich Sumorov selbst an die Spitze seiner Leute und führte sie im heftigsten Kugelregen bis zu der Schanze. Schon war dieselbe an einigen Stellen von den Russen erstiegen, als Sumorov einen Schuss in den Leib erhielt und von seinem Adjutanten zurückgebracht wurde. Jetzt wich alles in Unordnung zurück. Noch einmal sammelten sich die Regimenter dank der erbärmlichen türkischen Taktik, welche sie unverfolgt ließ, und noch einmal liefen sie sturm. Diesmal artete aber ihr Rückzug in Flucht aus, und zugleich fiel die türkische Reiterei den Russen in die Flanke. Vergebens sendete Sumorov seine Kosaken den Spahis entgegen. Sie wurden geworfen. Die Verwirrung war unbeschreiblich. Jeder dachte nur noch daran, sich zu retten. Da stieg Sumorov, obwohl schwer verwundet, in den Sattel, sprengte den Kosaken entgegen und warf sich mitten unter sie vom Pferd herab. Lauft nur, lauft, rief er, und gebt euren General den Türken preis. Diese Worte wirkten wie ein Zauberspruch. Im Augenblick stand die ganze fliehende Armee wie eine Mauer und wendete sich im nächsten gegen den Feind. Zugleich brach die Gräfin mit ihrem Regimente vor und führte es den Degen hoch erhoben gegen die Verschanzungen, welche die Yanid Can verlassen hatten, um die fliehenden Russen zu verfolgen. Sie kümmerte sich wenig um die Schütze entgegensendeten und welche ganze Reihen ihres Regimentes niederrissen. Schon stand sie auf der Schanze. Um sie starrten die Bayonette ihrer Soldaten. Die türkischen Artilleristen wurden niedergestoßen, die Geschütze waren genommen. Die russische Fahne wehte hoch über ihnen, die Regimenter, die in der Ebene kämpften ermutigend. Vorwärts und Schlag! Das den Soldaten wohlbekannte Wort ihres Generals scholl von Tausenden von Stimmen. Ein furchtbares Handgemenge begann, die Türken wichen, von ihren eigenen Schanzen aus im Rücken beschossen. Die Schlacht bei Kinnborn war gewonnen. Sumarov setzte sich, während seine Kosaken den Feind verfolgten, auf eine Trommel und schrieb auf dem Rücken eines Soldaten folgenden merkwürdigen Bericht. Heute den Feind bei Kinnborn getroffen und auf das Haupt geschlagen. Wie stark er war, weiß ich nicht, weil ich nicht danach gefragt habe. Sumarov Die Nacht war hereingebrochen. Sumarov lag in einem kleinen Zelte, das man schnell für ihn aufgeschlagen, auf Stroh, über das sein historischer Schafpelz ausgebreitet war. Der Fälscher hatte ihm eben die Kugel herausgezogen und den Verband angelegt, als die gelb-rote Gabelfahne des 37. Janitschan Regimentes in der Hand. Soldaten ihres Regimentes folgten mit den Kesseln, welche weit mehr als die Fahne, als Palladium der Janitschan galten. Ich bringe ihnen diese Trophäen General, sagte sie stolz, als Beweis, dass eine Frau zu Zeiten auch mit etwas anderem umzugehen weiß, als mit dem Kochlöffel. Sumarov lächelte und gab ihr die Hand. Ich hoffe, dass sie unverletzt sind, sagte er. Aber sie, sie sind verwundet, rief die schöne Frau mit lebhaftem Anteil. Die Wunde ist nicht gefährlich, sagte der Fälscher, aber der General braucht Ruhe und Pflege. Ich werde die Nacht bei ihm wachen. Nein, das ist meine Sache, fiel die Gräfin rasch ein. Die Frau, welche Blut vergossen aber sie erlauben General, dass ich es mir vorher bequem mache? Sie verließ das Zelt, um in kurzem in türkischen Pantoffeln und einem leichten Schlafrock zurückzukehren. Dann schickte sie alle anderen fort und saß die ganze Nacht bei dem Verwundeten, ihm die Arznei reichend und von Zeit zu Zeit den Verband wechselnd. Als am Morgen einer seiner Adjutanten in das Zelt Sumarovs trat, winkte ihm der General sich ruhig zu verhalten und auf die Gräfin deutend, welche auf einem Bund Stroh den Kopf auf einen umgestülpten Feldkessel eingeschlafen war, sprach er, sehen sie an, können sie sich ein schöneres Weib denken? So groß auch Potemkins Freude über den Sieg bei Kienborn war, so empfand er doch etwas wie Neid gegen Sumarov. Er beglückwünschte ihn in den schmeichelhaftesten Ausdrücken, aber zog mehrere Regimente seines Kors, darunter auch jenes der Gräfin Soltikow an sich, um Sumarov jede weitere Unternehmung unmöglich zu machen. Der Sieger von Kienborn war auf diese Weise den ganzen Sommer über verurteilt, die türkische Landarmee zu beobachten, während Potemkin im Juli 1788 die Belagerung der am Schwarzen Meere gelegenen Festung Otschkakow begann. Die Belagerung machte indes nur wenig Fortschritte, die Beschießung belästigte die Türken bei weitem nicht so, als die Russen von der beispiellosen Hitze litten. Und als endlich im Lager die Pest ausbrach, schien der so glücklich begonnene Feldzug eine unerwartet ungünstige Wendung nehmen zu wollen. Der Winter setzte zwar der furchtbaren Seuche, welche die Reihen der Russen dezimiert hatte, Grenzen, aber dafür stellte sich jetzt, als eine natürliche Folge der ungenügenden Vorkehrungen Potemkins, der Hunger ein. Da, als die Not am größten war, sendete Potemkin den General Hahn ab, um das Kommando des Chors zu übernehmen, das am Bug stand, und berief Sumarow zu sich. Der General staunte, als er den Zustand der Truppen und der Belagerungsarbeiten sah, und andererseits den prächtigen Holzpalast, den sich Potemkin im Lager erbaut hatte, und welcher gleich jenem zu Cherson durch die schönen Frauen in Pracht Pelzen, die denselben belebten, mehr einem Serei als einem Hauptquartier glich. Während die Soldaten frohen und hungerten, gab es hier feste Schlittentage, Bälle und Konzerte, welche jenen in Sankt Petersburg nichts nachgaben. In einem Saale war ein kleines Theater aufgestellt, auf dem die reizende Polin Pototzka, die Gräfin Münich und eine echte Pariserin Frau von Monsignier, auch eine der Favoritinnen Potemkins, im Verein mit einigen französischen Offizieren französische Komödien aufführten. Sumerow nahm das ihm angebotene Quartier in diesem Feentempel nicht an, sondern ließ sich ein Zelt mitten unter seinen Soldaten aufschlagen und bettete sich gleich ihnen auf Stroh. So fand ihn am nächsten Morgen die Gräfin. Er lag in seiner Uniform mit einem alten Schafpelz zugedeckt auf seinem spartanischen Lager und studierte einen Plan. Als er die schöne Frau erblickte, welche unerwartet in ihrem kostbaren Zobelpelz majestätisch wie eine Herrscherin vor ihm stand, sprang er auf und streckte ihr herzlich beide Hände entgegen. So früh auf? rief er staunend. Gewiss, entgegnete lächelnd die Gräfin. Ich gehöre nicht zu den Odalisten Potemkins, die noch am prasselnden Kamin und in ihren Schafpelzen der Frost schüttelt. Ich bade täglich wie unsere Soldaten im Schnee Und schön, fügte Sumarov hinzu. Die Gräfin schien von seiner Galanterie keine Notiz nehmen zu wollen. Nun, was sagen sie zu unserer Situation? fuhr sie mit feiner Ironie um die blühenden Lippen fahrt. So kommen wir nicht vorwärts, murmelte Sumarov. An eine Bresche ist nicht zu denken. Es bleibt nichts übrig, als einen allgemeinen Sturm zu wagen. Sie wissen General, dass Potemkin sich dazu nicht entschließen wird. Er wird sich entschließen müssen. Aber sie erfrieren uns ja, Sumarov, rief plötzlich die schöne Frau. Sie haben kein Bett, ja nicht einmal einen Pelz. Doch, der General zeigte lächelnd auf seinen alten Bauern Schafpelz. Dies und meine Uniform, das ist meine ganze Garderobe und auf diesem Stroh schlafe ich ebenso sanft wie sie in ihren Eiderdaunen. Aber um uns noch einmal mit dem Krieg zu beschäftigen, dieser Potemkin versteht so viel von einer Belagerung wie sie, Madame. Die Gräfin drohte Sumarov mit dem Finger. Nun, ich würde immerhin lieber unter ihrem Kommando stehen, Gräfin, als unter dem seinen, beeilte er sich hinzuzusetzen. Nun kommen sie aber mit mir, General, rief die schöne Amazone. Wir wollen unsere Batterien besuchen und dann zusammen frühstücken. Sumarov verließ mit der Gräfin sein Zelt und machte Mine respektvoll, einen Schritt entfernt neben ihr zu gehen. Nicht so, ihren Arm, befahl sie mit einem Blick, der unbedingten Gehorsam verlangte. Was werden die Soldaten sagen, wenn ich mit einer Dame, erwiderte Sumarov? Sie gehen mit keiner Dame, keiner Favoritin, schnitt ihm die Gräfin das Wort ab, verbrochen hat. Damit nahm sie, ohne weiterzufragen, seinen Arm und sie schritten durch die Zeltstadt, ein seltsames Paar, der schwächliche Mann in der armseligen Uniform und die große schöne Frau im fürstlichen Pelz, die seidene Schleppe weit im Schnee nachschleifend. Die türkischen Generäle in der Festung, welche durch Spione und Überläufer über die Lage der Russen wohl unterrichtet waren und täglich Feenmärchen von den schönen Sultaninnen und Amazonen hörten, mit denen sich Potemkin umgeben hatten, entschlossen sich endlich zu einem nächtlichen Ausfall in der Absicht, die Belagerungsarbeiten zu zerstören oder doch mindestens sich in der allgemeinen Verwirrung der russischen Huris zu bemächtigen. Vorher sendeten sie einen Parlamentär ab, um den Russen den Glauben beizubringen, die Festung sei unhaltbar und nahe daran, sich zu ergeben. Mit dieser Mission wurde der Zagarci Pasha, der Kommandant der 64. Chemad Regiment, der Yanitschan, der sogenannten Spürhundswächter Zagarci betraut. Der Zufall wollte, dass an dem Tage, wo er sich unter dem Schutze der weißen Fahne den russischen Linien näherte, das Regiment Zimbirsk die Vorposten bezogen hatte. Die Gräfin Soltikov empfing den Parlamentär in ihrem prachtvollen Zelte, das vielmehr einem eleganten Damenboudoir als der Wohnung eines obersten Glich und, da es noch früh am Morgen war, im reizendsten Frauengewande. Der Türke staunte das schöne Weib, das in einem Reich mit schwarzem Zobel besetzten, Neglisché von weißem Atlas unverschleiert und halbliegend auf einem Divan saß und dessen wie gold schimmerndes über ihre üppigen Schultern herabfloss, sprachlos an. Dann neigte er sich, die Arme auf der Brust gekreuzt, demütig vor ihr. Er hielt sie nämlich ihrer Toilette nach, welche an den Amtspelz des Großvisiers mahnte, für eine Art weiblichen Großvisier der Russen, umso mehr, als auf seine Frage, wo der Kommandant sei, die Gräfin sich als denselben bezeichnete. Auch der Sagarchi Pascha war ein Mann von seltener blendender Schönheit, welche durch seinen prächtigen schwarzen Bart und seinen reichen Anzug, das weite rotseidene Beinkleid, die Weste von Goldstoff, den grünsamtenen Zobelpelz und den Turban mit dem Reierbusch auf brillantem Stil nicht wenig erhöht wurde. Einen Augenblick standen sich das schöne Weib und der schöne Mann beide gewohnt und beide wehrt Sklaven zu ihren Füßen zu sehen, schweigend gegenüber. Dann brachte der Türke seinen Auftrag vor. Er bot die Übergabe der Festung an, verlangte aber für die Besatzung freien Abzug mit Waffen und klingendem Spiel. Die Gräfin erwiderte, man werde am folgenden Tage dem Kommandanten Antwort geben. Ich hoffe, ihr nehmt die Übergabe nicht an, sagte der Pascha dann, dessen dunkle Augen ohne Unterbrechung mit verzehrender Glut auf der schönen blonden Nordländerin ruten. Und weshalb? Weil du das schönste Weib bist, das ich je gesehen habe, sprach der Pascha. Und ich, wenn der Kampf fortgesetzt wird, meinen Kopf dafür wage, dass Und wenn das Umgekehrte geschieht, wenn du in meine Hände fällst, Muselmann, was glaubst du, was ich mit dir anfangen werde? Du wirst mich zu deinem Sklaven machen. Ich werde dich wie einen Hund vor meinem Zelte an die Kette legen, rief die Amazone. Damit entließ sie den Parlamentär. Noch an dem selben Tage kam ein russischer Überläufer in die Festung, und wurde vor den Sagarchi Pascha geführt. Weshalb hast du deine Fahne verlassen? fragte dieser. Weil ich es wagte zu dem schönen Weibe, das uns befehligt, die Augen zu erheben, sagte der Überläufer. Sprichst du von eurem Großvisier, dem Weibe mit dem goldenen Haar und den Augen, aus denen der blaue Himmel blickt? Ja, mächtiger Visier. Und was tat sie dir? Sie ließ mich peitschen gleich einem Hunde. Es sieht ihr gleich, sie hat den Geist eines Mufti und die Würde eines Sultans, sagte der Pascha seufzend. Ich bin zu dir gekommen, weil ich mich an dem stolzen Weibe rächen will. Sie hat geschworen dich, ehe der Mond Wenn du dies kannst, Gyaur, sollst du von mir kaiserlich belohnt werden, wie der große Sultan seine Diener zu belohnen pflegt. Bis morgen früh hat sie den Vorposten, sagte der Überläufer. Heute gibt sie den Offizieren und Soldaten ein Fest, denn seitdem ihr die Übergabe der Festung angeboten ist, wiegt sich im Lager der Russen alles in vollkommen Sicherheit. Bis Mitternacht werden sie so ziemlich alle betrunken sein. Was auch die Frauen rief der Türke entsetzt. Gewiss aller aller seufzte der Pascha auch die weiße Rose im Garten des Paradieses trinkt. Verlass dich darauf und mehr als Tau sprach der Überläufer. Sie wird nicht nüchtern sein. Wenn ihr einen Ausfall wagt und ich euch führe werden sie alle ohne Schwertstreich in eure Hände fallen. Als der Abend kam, zeigte sich wirklich in dem Lager des Regiments Zimbersk eine ungewöhnliche Beleuchtung und auch Musik klang von Zeit zu Zeit herüber. Der Pascha hatte seine Vorkehrungen getroffen. Vor Mitternacht verließ er von dem Überläufer geführt an der Spitze seines Fuß Regimentes von 400 Mann und der 50 Reiter, die jeder Janiccan beigegeben waren, die Festung. Sie fanden die äußersten russischen Vorposten in der Tat vollständig betrunken und konnten sie, ohne das Blut vergossen oder ein Schuss abgefeuert wurde, gefangen nehmen. Nun drangen die Janiccan zu Fuß von ihren Offizieren geführt in das Lager des Regiments Zimbersk, während der Pascha mit seinen erlesenen Reitern, welche auf ihren feurigen Pferden mit den helmartigen Hauben, auf denen hohe Federbüsche wehten, in den weißen Kaftans und den samtinnen Fuchs und Zobelpelzen, jeder selbst gleich einem Pascha erschienen, auf das von bengalischen Flammen beleuchtete Prachtzelt, der schönen Gräfin lossprengte. Statt aber, wie erwartet, schöne Frauen und wehrlose Männer zu finden, regte es sich mit einem Male ringsum in allen Zelten, Laufgräben und Batterien und tausende von Bayonetten starrten ihm und seinen Janitschern von allen Seiten entgegen. Der Überläufer war ein Abgesandter der Gräfin gewesen, der den Pascha in ihre Schlinge gelockt hatte. Er gebt euch, rief die Gräfin den Überlisteten zu, oder ich lasse euch allesamt über die Klinge springen. Die Türken beratschlagten und streckten endlich die Waffen. Die Gräfin eilte ihren Gefangenen in Empfang zu nehmen. Nun, sprach sie mit grausamem Spott, du hast Zeit, dich heute Nacht im Bellen zu üben, denn morgen wirst du ohne Erbarmen an die Kette gelegt, wie ich es dir versprochen. Ich bin dein Sklave, beginne mit mir, was dir gefällt, erwiderte der Türke und warf sich mit dem vor ihr nieder, um den Saum ihres Gewandes zu küssen. Aber die schöne Frau blieb ungerührt. Sie ließ am nächsten Tage vor ihrem Zelte eine hölzerne Hundehütte aufrichten und den armen verliebten Türken in derselben Anketten. Am Abend bei einem fröhlichen Male, das sie den Favoritinnen Potemkins und ihren Offizieren gab, kam sie plötzlich auf den barocken Einfall ihren Hund, wie sie den Pascha nannte, bellen zu lassen. Sie ließ es ihm durch ihre Kammerfrau befehlen und als er ihr nicht gehorchte, sondern in echt orientalischer Gleichgültigkeit liegen blieb, wie er seit vielen Stunden lag, den Kopf an das kalte Holz gepresst, sprang sie auf und rief, wir wollen doch sehen, wer jetzt Herr ist, er oder ich. Ja, er muss bellen, schrie die ganze mutwillige Meute schöner, galanter Frauen, welche in ihrem Zelte versammelt war. Im Nu hatten sie sich alle in ihre Pelze gehüllt und eilten hinaus. Als sie ihn lachend umstanden, ließ der Türke, überrascht und trunken von so viel weiblichen Reizen, die sie ihm ohne Scheu zeigten, sein dunkles Auge von einer zu anderen Schweifen. Die schlanke, graziöse Potuzka, wie die von Leidenschaft glühende Griechin, die elegante Monsigne und die üppige Münich gleich bewundernd, aber zuletzt blieb es doch wieder auf der Gräfin Soltikow haften, welche ihre Grausamkeit noch verführerischer erscheinen ließ als sonst. Wirst du Bellenhund? fragte sie ruhig, die anderen Damen brachen in ein schallendes Gelächter aus, der Türke schüttelte trotzig den Kopf. Ich würde ihn an ihrer Stelle so lange peitschen, bis er meinen Willen täte, sagte die Polin, in deren lebhaften Augen etwas Diabolisches lag. Sie haben Recht, sagte die Gräfin Soltikow und rasch holte sie die Peitsche, ein Attribut, ohne das eine russische Venus des vorigen Jahrhunderts nicht zu denken war. Ich peitsche dich tot, wenn du nicht auf der Stelle bellst, rief sie mit einem Blick, der jedes Erbarmen ausschloss. Der Pasche ergab sich endlich in sein Schicksal und begann laut zu bellen, während die grausamen Schönen umherstanden und sich vor Lachen schüttelten. Anfang Dezember 1788 war ein neuer starker Schneefall eingetreten, welcher die ohnehin elenden Straßen des südlichen Russlands vollkommen unpraktikabel machte und der Armee vor Otschkakov jede Zufuhr abschnitt. Potemkin kam in ernste Gefahr, mit seinen Soldaten und seinen schönen Sultaninnen zu verhungern. Als das Elend auf das Höchste gestiegen war, kamen die Soldaten zu Sumarov und baten ihn um Rat und Hilfe. Väterchen Alexander Vasiljevich, klagten sie, wir haben nichts mehr zu essen, unsere Stiefel sind durch und in unsere Uniformen bläst bei hundert Löchern der Wind hinein. Rette uns, Väterchen Sumarov! Für uns alle gibt es keine andere Rettung mehr als der Sturm, erwiderte der General. Wir müssen Otschkakov nehmen oder sterben. Der Ausspruch des von dem ganzen Heere angebeteten Sumarov ging von Mund zu Mund. Endlich rotteten sich die Soldaten zusammen. Tausende zogen, grüne Tannenreiser auf den Hüten und brennende Strohbündel in den Händen abends durch das Lager vor den hölzernen Palast des Tauriers und verlangten den Sturm auf Otschkakov. Potemkin durch die furchtbare Lage, die ihm keine andere Wahl mehr ließ, gezwungen, gab mit schwerem Er übergab Sumarov das Kommando der Stürmenden und dieser traf mit seiner beispiellosen Energie rasch seine Anstalten. Am Abende des 17. Dezember wurden Freiwillige aus den Regimentern aufgerufen, welche die erste Sturmkolonne bilden sollten, die, da sie zuerst auf die Minen und spanischen Reiter stieß, in der Regel so gut wie geopfert war. Man brauchte 600 Mann, da aber Sumarov selbst sie führte, meldeten sich mehrere Tausend, unter denen gelost werden musste. Die Gräfin Soltikow befand sich ebenfalls unter denjenigen, welche sich als Freiwillige gemeldet hatten, und sie verstand es so einzurichten, dass auch das Los sie traf. General, ich werde an ihrer Seite sein, sagte sie zu Sumarov. Das verhüte Gott, erwiderte er. Und weshalb? Weil ich etwas wie Angst fühlen würde. Angst um mich? fragte die schöne Amazone freudig überrascht. Ja denn, Gräfin, murmelte er verlegen, ich bitte sie, bleiben sie im Lager. Nein, Sumarov, ich bleibe nicht, sagte sie rasch, mit ihrer herrlichen Energie. Ich würde wieder in Angst vergehen, wenn ich nicht bei ihnen wäre. Sie müssen mir schon gestatten, heute mit ihnen zu siegen oder zu sterben. Die denkwürdige Nacht des 17. Dezember brach an. Ohne Trommelschlag, die Füße mit Stroh umwunden, die erste Kolonne von Sumarov geführt, ohne einen Schuss im Lauf und ohne Patronentasche voran, die anderen in einer Distanz von tausend Schritten folgend, setzten sich die Russen in Bewegung. Kein Laut verriet das große Unternehmen. Schon standen die Freiwilligen vor dem Festungsgraben. Sumarov machte das Kreuz und warf sich der Erste hinein. Die anderen stürmten nach. Der Überfall gelang vollständig, die türkischen Posten wurden überrascht und niedergemacht, der Wall erstiegen. Kein Schuss fiel, nur das Bayonett arbeitete. Aber jetzt entstand Alarm in der Festung und die Yanican stürzten von allen Seiten auf die Bastein, die nachfolgenden Regimenter Feuer empfangen. Zugleich machte ein Teil der Besatzung einen Ausfall und schnitt Sumarov mit seinen 600 Mann von der übrigen Armee ab. Die Gräfin hatte nur von einigen Freiwilligen ihres Regiments gefolgt, zuerst die russische Fahne auf der Mauer von Otschkakow aufgepflanzt und die türkischen Kanoniere niedergehauen. Dann war sie in die Straßen der Stadt vorgedrungen und hier von allen Seiten umzingelt worden. In dem Augenblicke, wo es für Sumarov galt, die Verbindung mit den anderen Sturmkolonnen herzustellen, vermisste er die Gräfin, er rief ihren Namen. Niemand antwortete, Todesangst fasste ihn. Statt die eroberte Batterie zu behaupten, warf auch er sich mit seinen Leuten in die Stadt, nur von dem einen Gedanken beseelt, sie zu retten. Für kurze Zeit schien alles verloren, die Stürmenden begannen zu weichen, die Türken erhoben ein bestialisches Sieges Geschrei. Da hörte Fürst Rebnin, dass Sumarov abgeschnitten sei, warf sich vom Pferde unter seine Soldaten und rief, die Fahne ergreifend, Sumarov, unser Vater ist gefangen, mir nach, wer kein Feigling ist. Sumarov, Sumarov, gefangen, rettet Sumarov, lief es von Mund zu Mund und alles lief von Neuem zum im Rücken bedroht sah, Hilfe zur rechten Zeit. Unaufhaltsam führte der Held nun seine Leute vorwärts, die Janicjan vor sich niedermetzelnd, bis er den weißen Federbusch der Gräfin wieder sah, sie selbst stand nur von wenigen Soldaten umgeben, an ein Haus gelehnt, die Flinte eines Gefallenen in der Hand und wehrte sich mit der letzten Kraft der Verzweiflung. Tötet sie nicht, sie muss lebendig in unsere Hände fallen, riefen die Türken einander zu, ein jeder wollte das schöne Weib besitzen. Da fiel Sumarov in einer Hand den Degen, in der anderen die Lanze eines Kosaken mitten unter sie, trieb sie auseinander und befreite so die Gräfin, welche seine Hand ergriff und in fieberhafter Aufregung an ihr Herz presste. Jetzt erst bemerkte Sumarov, dass die Gräfin Wo um Gottes Willen? Sie wies auf ihren linken Arm. Er hatte die Stelle halb entdeckt und während rings um Schüsse fielen, das Gestöhn der Verwundeten und Sterbenden sich in das Feldgeschrei der Kämpfenden mischte, presste er seine Lippen auf die Wunde und begann so das Blut zu stillen. Ein furchtbares Blutbad, ein Gemetzel ohne Gleichen folgte. Als die Sonne sich erhob, wehte die russische Fahne von allen Wellen und Türmen. Otschkakov war erstürmt. Drei Tage lang wurde die Stadt geplündert. 30.000 Gefallene von beiden Seiten bedeckten das Schlachtfeld von Otschkakov. Als Potemkin dasselbe in Augenschein nahm und seine toten und verstümmelten Soldaten sah, begann er laut zu weinen. So seltsam waren in diesem großen Barbaren, Selbstzucht und Rohheit, mit Großmut und Güte gemischt. Nachdem man die gefallenen Russen beerdigt hatte, wurden die Leichen der Janitschan auf dem festgefrorenen Liman aufgeschichtet, in der Absicht, dass sie der kommende Eisstoß im Meere begrabe. Die russischen Damen aus dem Gefolge Potemkins kamen nun in Schlitten in ihre prachtvollen Pelze gehüllt und fuhren um diese grauenvollen Pyramiden herum, der toten Janitschan bewundernd. Eine Szene, bei der sich das Haar empor sträubt. Potemkin erhielt von der Kaiserin Katharina II. für den Sieg bei Otschkakow das große Band des Georgs Ordens. 100.000 Rubel, den Titel eines Hettmanns, der Kosaken und einen mit Diamanten besetzten und mit Lorbeer umwundenen Feldherrnstab. Ein noch herrlicherer Lohn wurde Sumarov zuteil. Gräfin Soltikow war so unbedeutend, dass sie schon nach wenigen Tagen das Bett verlassen konnte. Als sie das erste Mal in warmes Pelzwerk gehüllt in ihrem Foteu saß, kam Sumarov, sich nach ihrem Befinden zu erkundigen. Sie sind noch recht bleich, Gräfin, sagte er besorgt. Und sie noch viel mehr, General, erwiderte sie lächelnd. Man könnte beinahe glauben, dass Sie eine bei weitem gefährlichere Wunde davon getragen haben. So ist es, Gräfin, seufzte er. Der Volksglaube behauptet, dass man demjenigen, von dessen Blutmann getrunken, mit Leib und Seele verfallen ist. An mir scheint dies zur Wahrheit zu werden. Sie haben mich an der Kette wie den armen Pascher, und wenn es ihnen beliebt, werde auch ich in kurzem vor ihrem Zelte den Mond anbellen können. Nein, General, sagte die Gräfin mit einem Blick, der den General süß durch Schauern machte, für sie weiß ich eine bessere Stelle, und diese wäre zu meinen Füßen, Sumarov, denn von da ist es nicht mehr weit, zu meinem Herzen. Schon lag der Held von Kienborn und Otschkakow vor ihr auf den Knien und die schöne, mutige Frau schlang in inniger Liebe die Arme um ihn.